Lachs ist nicht nur lecker, sondern auch ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung. Vorteile von Lachs sind zum Beispiel, dass dieser wenig gesättigte Fettsäuren, jedoch viele gesunde Omega-3-Fettsäuren enthält. Diese sind wichtig, um das Herz gesund zu halten. Außerdem schmeckt Lachs köstlich und ist ein wahrer Gaumenschmaus. Es wird empfohlen, zwei Tage die Woche Fisch zu essen. Daher stellen wir dir in diesem Artikel die positiven Eigenschaften und Vorteile von Lachs vor. Verschiedene Zubereitungsarten und vieles mehr. Pass gut auf und entdecke die Gründe, die für den regelmäßigen Konsum von Lachs sprechen. Die in dieser Fischart enthaltenen Omega-3-Fettsäuren helfen. Den Cholesterinspiegel im Körper zu senken. Daher ist Lachs optimal, wenn bei dir ein erhöhter Cholesterin-Wert festgestellt wurde oder in deiner Familie Fälle von zu hohem Cholesterin bekannt sind. 100 Gramm Lachs enthalten 11 Gramm gesunde Fette. Gesunde Fette versorgen deinen Körper mit ausreichend Energie, um täglich anfallende Aufgaben besser zu bewältigen. Hast du Angst, dass du zunimmst, wenn du zu fettreich isst? Du solltest wissen, dass dein Körper gesunde Fette braucht, welche zum Beispiel in Avocado und Lachs vorkommen. Kleiner als 7120678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich mittel unterstrich abbinde strich größer als google tag. cmd push function unterstrich mittel unterstrich ab. 336 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 Set-Targeting Red Folz Set-Targeting Section 5 Set-Targeting URL Vorteile von Lachs und ein köstliches Gericht Set-Targeting Topic Default Set-Targeting Mafial Type Get-MRFP Set-Clip-Sempty Div True True Ad-Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391743112-0 Kleiner als jedem conclusivi kleine als 712678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrichabilir unterstrich unterstrich einmal 1 bindelstrich größer als Google Tag. cmd. Push Function Google Tag. Define Slot 7120678 Besser-Sizes-Desktop-Generic-1x1.1.1. DIVGPTA D1513094690767-0. Set-Targeting Red. Faults. Set-Targeting Section. 5. Set-Targeting URL. Vorteile von Lachs und ein köstliches Gericht. Set-Targeting Topic. Default. Set-Targeting Mafil-Type. Get-M-R-F-P. Set-Clip-Sempty-Div. True. True. Ad-Service Google Tag. Pubatz Google Tag. Pubatz. G-Lab-Sempty-Divs Google Tag. Enabled Services Google Tag. Display. DIVGPTA D1513094690767-0. Lachs enthält viele Proteine und Mineralien wie zum Beispiel Magnesium, Jod, Selin, Phosphor, Eisen und Kalzium und Vitamine. Welche wichtig sind für die Schilddrüse und den Darm. Dank seines hohen Anteils an Vitamin D hilft Lachs Knochenmasse aufzubauen und die Knochen zu stärken. Kleiner als 7.120.678 mcs-sizes-desktop-generic-box-mittel-abbinde-größer als falls du an Kalziummangel leidest oder in deiner Familie Fälle von Osteoporose bekannt sind. Dann ist es wichtig ausreichend Kalzium in Kombination mit Vitamin D zu dir zu nehmen. Gesundheitliche Vorteile von Lachs aufgrund der hohen Menge an Omega-3-Fettsäuren Kann der Konsum von Lachs helfen, hohen Bluthochdruck zu senken und die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkten zu reduzieren. Lachs senkt die Wahrscheinlichkeit von Herzrhythmusstörungen und sorgt für einen regelmäßigen Puls. Sein Verzehr fördert die Durchblutung und beugt der Bildung von Blutgerinnseln vor. Der hohe Vitamina-Gehalt beugt Entzündungen vor und fördert die Heilung des Muskelgewebes. Er fördert die Hirnfunktion und die Gedächtnisleistung. Sind Familienmitglieder häufig betroffen von Demenz, Alzheimer oder anderen das Gehirn betreffende Krankheiten, dann wird Lachskonsum besonders empfohlen. Der Lachskonsum verhindert, dass Cholesterin sich an den Wänden der Blutgefäße absetzt. Vorteile von Lachs für die äußere Erscheinung Die in dieser Fischart enthaltenen Omega-3-Fettsäuren helfen Den Cholesterinspiegel im Körper zu senken Daher ist Lachs optimal, wenn bei dir ein erhöhter Cholesterinwert festgestellt wurde oder in deiner Familie Fälle von zu hohem Cholesterin bekannt sind. Hast du Angst, dass du zunimmst, wenn du zu fettreich isst? Du solltest wissen, dass dein Körper gesunde Fette braucht, welche zum Beispiel in Avocado und Lachs vorkommen. Falls du an Kalziummangel leidest oder in deiner Familie Fälle von Osteoporose bekannt sind, dann ist es wichtig ausreichend Kalzium in Kombination mit Vitamin D zu dir zu nehmen. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Lachs Beugen der vorzeitigen Alterung der Haut vor Um die Vorteile von Lachs voll auszuschöpfen, sollte man diesen Fisch möglichst schonend zubereiten. Mögliche Zubereitungsarten sind zum Beispiel Dampfgaren, Braten in der Pfanne oder die Zubereitung im Backofen. Dazu sollte man am besten eine große Portion Gemüse verzehren. Beim Braten können allerdings gesunde Nährstoffe verloren gehen und Fette verwendet werden. Welche weder gesund sind noch den Geschmack verbessern. Im folgenden stellen wir dir ein Rezept vor, welches man sehr einfach selber zubereiten kann und zudem noch sehr gesund ist. Außerdem kann man überprüfen, ob der Lachs schon gar ist, indem man kurz mit einer Gabel einsticht. Die Zubereitung im Backofen ist schonend und gesund und erfordert lediglich die Zugabe einiger Gewürze oder aromatischer Kräuter. Dabei kannst du sehr kreativ sein und verschiedene Kräuter ausprobieren. Aufgrund seiner zahlreichen positiven Eigenschaften und einfachen Zubereitungsarten gibt es also keine Ausreden mehr. Lachs nicht in unseren Ernährungsplan aufzunehmen. Zudem sollte man sich diesen köstlichen Gaumenschmaus einfach nicht entgehen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.